Wir starten in der Knienposition. Hi, ich bin Timo und in diesem Video zeige ich dir ein paar Übungsbeispiele mit den Minibands von Sporttimo. Die Übungsbeispiele werden alle Muskelgruppen ansprechen. Wir beginnen mit dem Trizepsziehen und dem lilanen Miniband. Dazu greifst du hinter dem Rücken in das Band hinein, gehst in den Kreuzgriff, fixierst den unteren Arm und bei nach hinten gezogenen Ellenbogen ziehst du den Arm in Richtung Deckel. Die nächste Übung ist das einarmige Rudern. Wir starten in der knienenden Position. Du fixierst das Miniband mit dem vorderen Fuß auf rechter Oberkörper und zieh den Zugarm eng am Körper vorbei. Halte den Schultergürtel nach vorn gezeigt und dein Fuß stabil. Jetzt zeige ich dir die Abduktion für die Hüfte und die Beinmuskulatur. Die Übung kennst du wahrscheinlich aus dem Fitnessstudio. Das ist die Maschine, wo du sitzt und die Beine auseinanderziehst. Heute nutzen wir das pinke Miniband. Du schlüpst mit beiden Füßen durch. Stellst es ungefähr oberhalb des Knies ein, begibst dich in die Seitlage, hältst die Hüfte stabil und fokussierst dich auf das obere Knie, das in die maximale Endposition zieht. Achte wie gesagt auf eine stabile Hüfte. Schön langsame Ausführung und eine Sekunde halten in der Endposition. Die zweite Variation von der Abduktion wäre mit gestreckten Beinen. Dazu schieben wir das Miniband um die Knöchel. Ebenfalls in der Seitlage. Hüfte stabil und nach vorn geschoben. Das obere Bein geht gestreckt in Richtung Decke. Ein super Beintraining und Muskelkatergarantie für den Hintern ist die nächste Übung, der Monsterwalk seitwärts. Dazu steigst du in das Miniband hinein, oberhalb der Knie, begibst dich eine 90 Grad Beuge in den Hintern. Mit aufrechtem Oberkörper begibst du dich in kleinen Schritten zur Seite. Achte darauf, dass die Knie immer in einer Linie über den Füßen sind. Halte mit dem hinteren Bein schön entgegen. Mal zur anderen Seite. Langsame Ausführung, niemals schnell. Zur Steigerung des Monsterwalks kann man auch zwei Bänder nutzen. Eins oberhalb der Knie und eins um die Knöchel. Ausgangsposition. Eine weitere Monsterwalk-Variation ist der Monsterwalk vorwärts mit einem Squatjump. Eine super Übung zum Training, zur Stabilität für die Knie. Und, naja gut, Sprungkraft selbstverständlich auch. Wir geben uns in die Ausgangsposition. Einen Schritt vorwärts in der Tiefenhocke. Squatjump. Stabile Landung. Wichtig ist, bei der Landung, kein nach innen kippen in der Luft, kein nach innen kippen der Knie. Die ganze Zeit Spannung gegen das Band nach außen. Die letzte Übung unseres Mini-Workouts ist eine Übungskombination aus dem Liegestütz und dem Mountain-Klimber. Dazu nutze ich das violette Band um den Mittelfußbereich beider Füße. Und das türkise Band um die Handgelenke. Starten in der Liegestütz-Position. Stabiler Schultergürtel, gerade Position, fester Core. Und nach einem Liegestütz. Einen Mountain-Klimber im Wechsel. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar schöne Übungsbeispiele für deinen Home-Workout geben. Ich bin ganz schnell ins Schwitzen gekommen. Abonnier unseren Kanal. Bei den Links nimmst du weitere Informationen zu den Mini-Bands. Und dann viel Spaß beim Workout.